Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 29. Mai. Heute haben wir dabei Apple, ganz viel Pokémon und Motorola. Beginnen tun wir mit einem überraschenden Release, mit dem keiner mehr gerechnet hat, denn Apple hat den iPod Touch wieder zurückgebracht. Also, er ist wieder im Store verfügbar, der iPod Touch als 2019er Modell mit dem A10 Prozessor und mit bis zu 256 GB Speicher und soll damit auch Augmented Reality ermöglichen. Dementsprechend natürlich für Spiele optimiert, die ja auch ab Herbst verstärkt dann auftauchen werden in Apple Arcade. Der neue iPod Touch fängt bei 299, nicht 299, sondern 229 Euro an für das 32 GB Modell, dann 339 für 128 GB und 449 für das Top-Modell mit 256 GB. Natürlich wieder verschiedene Farben, Space Grau, Weiß, Gold, Blau, Pink und es gibt den natürlich auch wieder in Rot als Product Red. Ja, überraschend, da hätte, glaube ich, keiner drauf gewettet. Was auch überraschend, na, nicht richtig überraschend war, aber wo keiner drauf gewettet hätte, dass so viel Neues erscheint, ist das Pokémon-Event von letzter Nacht und da gibt es jetzt ganz viele Neuigkeiten. Es wird Pokémon Sleep geben. Ja, was ist Pokémon Sleep? Das ist eine App, die helfen soll zu schlafen und dann brütet man im Schlaf Pokémons aus. Das klingt sehr schräg, die Logik dahinter ist, mit Pokémon Go hat man die Leute sich zu bewegen gebracht und nun will man wohl den Schlaf optimieren, also spielerisch was Gutes für die Menschen tun, wenn man es ganz hochtrabend formuliert. Und zusätzlich wird es dann auch einen Nachfolger für den Go Plus geben. Das ist ja so ein kleiner Bluetooth-Empfänger, mit dem man beim Spazierengehen mit Klicken die Pokémons fangen kann und das Pokémon Go Plus Plus, also es heißt Go Plus und hat ein Plus am Ende, das ist nicht unbedingt die beste Benennung. Das soll dann entsprechend auch in der Nacht neben dem Bett platziert werden können und dann kann man damit, ja, wohl bessere Ergebnisse erzielen. Warten wir mal ab, es ist noch ein bisschen beides in die Zukunft gedacht, denn es ist angekündigt für 2020. Also dieses Jahr wird das nichts mehr. Dann hat Pokémon auch ein neues Rollenspiel angekündigt, nicht Pokémon, also Nintendo, Niantic, die Pokémon Company, ein neues Rollenspiel für iOS und Android und zwar Pokémon Masters. Und darin kann man mit, ja, den verschiedensten Charakteren aus den Pokémon-Spielen, ja, miteinander, gegeneinander kämpfen und ja, vielleicht habt ihr ja Spaß drauf, guckt es euch doch mal an. Es gibt halt auch einen kleinen Trailer, der ist natürlich verlinkt in den Shownotes. Nächste Pokémon News, Pokémon Home. Ja, Pokémon Home, das ist der Cloud-Dienst von, oder beziehungsweise für Pokémon, der ist plattformübergreifend, heißt, iOS-Geräte, Android-Geräte und auch die Switch sollen darauf zugreifen können. Man kann da wohl seine Pokémon dann irgendwie parken und darüber tauschen. Auch das wird erst 2020 zur Verfügung stehen und dann wissen wir hoffentlich auch mehr, was man damit wirklich machen kann. Erstmal klingt das ein bisschen so, als ob man, ich spiele ja Pokémon Go, dass man da sein Lager an Pokémon, was durchaus voll sein könnte, daraus auslagert und dann hat man entsprechend eben nicht alle Pokémon dabei, sondern die anderen sind eben Pokémon Home in der Cloud. Ja, wie gesagt, 2020, warten wir ab, ist noch ein bisschen hin. Und die letzte Pokémon News für heute, es wurde dann auch angekündigt, dass Meisterdetektiv Pikachu, das ist ja der aktuelle Kinofilm, jetzt auch für die Nintendo Switch rauskommt. Bislang gab es das Spiel nur für die Nintendo 3DS. und auch hier weiß man nicht so viel Genaues und man wartet wohl auf die E3, die große Spielemesse in Los Angeles, ob man da ein bisschen mehr zu dem Titel dann erfährt. Und das war es dann auch mit Pokémon für heute. Aber ich habe noch eine News zum Ende, das ist Motorola. Die hatten ihr Z4-Smartphone zwar angekündigt, aber noch nicht vorgestellt. Und mittlerweile gibt es diverse YouTube-Videos mit Tests zu dem Gerät und was ist passiert. Das Gerät war einfach schon auf Amazon gelistet. Jemand hat es bestellt und es wurde wirklich geliefert. Also vor Produktvorstellung hat er das Gerät bekommen. Und ja, es gibt nichts, was es nichts gibt. Und man muss einfach mal auf Amazon suchen und Glück haben. Ansonsten ist das Z4 ein besseres Mittelklasse-Smartphone, würde ich mal sagen. Ich glaube, für uns auch wäre es eher uninteressant. Und wie es ja hier in den Markt kommt, muss man auch sehen. Aber wenn es dann vorgestellt wird, werden wir bestimmt auch nochmal drüber kurz berichten. Ja, und das war es dann auch. Ich wünsche euch einen tollen Mittwoch. Kommt gut in die Mitte der Woche. Bleibt positiv und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.